Musik Medienkompetenz für Jugendliche Unter diesem Leitmotiv stand ein Workshop, den das Stadtteilbüro Hattersheim dank finanzieller Unterstützung durch die Lufthansa AG im Sommer diesen Jahres anbieten konnte. Eigene Reportagen anfertigen, Spielfilme drehen, vielleicht sogar eine Castingshow à la Hattersheim sucht den Superstar auf die Beine stellen. Den fünf Teilnehmern des Workshops mangelte es nicht an kreativen Ideen. Bei der Umsetzung, insbesondere im technischen Bereich, erhielten die angehenden Programm- und Filmemacher professionelle Unterstützung durch erfahrene Medienpädagogen. Filmen ist eine Kunst, die Nachbearbeitung, der Schnitt eine Wissenschaft. Wir unterhielten uns mit dem Nachwuchsfilmer und Medienpädagoge Bernhard Kaiser vom Frankfurter Gallus Zentrum über die Arbeit im Workshop, der selbstverständlich einen regelmäßigen Sendeplatz im Stadtteilfernsehen K4 erhalten wird. Also heute mal was ganz anderes, K4 Filme über Filmer. Wir sind hier im Hattersheim im Stadtteilbüro und bei uns zu Gast sind heute die Teilnehmer des Video-Workshops, der dieses Jahr im Sommer lief. Es sind nicht alle da, aber es sind zumindest mal drei da, und zwar der Umut, der Kevin und der Dominik, die vor, ich glaube, sechs, sieben Wochen sich zusammengefunden haben und Filme gedreht haben. Wie seid ihr denn dazu gekommen, wo ist denn das Interesse? Also ich habe es im Café, also in diesem Videotext oder so gesehen, und da lief es halt und habe ich einfach angerufen und da wurde ich einfach zu diesem Treffen erstmal hergerufen. Gut, das ist mal das Interesse, dass es die Möglichkeit gibt und ihr habt ja aber mittlerweile auch schon einiges produziert. Ja, das heißt, ihr habt euch erstmal zusammengefunden unter Mitarbeit natürlich von einem Mädchenpädagogen. Es ist zwar heute nicht die Dame da, die das geleitet hat in den vier oder fünf Wochen, in denen der Kurs lief, sondern es ist da der Herr Bernhard Kaiser von, ich muss jetzt mal auf meinen Zettel gucken, vom Kalles Zentrum in Frankfurt, Mädchentädagoge, der das Ganze also von der technischen Seite her begleitet. Ja, aber ganz wichtig war ja erst einmal, dass ihr persönlich Ideen entwickelt, ja, Filmbeiträge, was habt ihr denn da so gedreht? Ja, wir haben auch Jugendkische dann später in der View und haben halt gefragt, was ihr halt jetzt eigentlich verändern würde und haben uns halt auch so Fragen aufgeschrieben. Dann haben die dann halt immer gefragt, was sie in ihrer Freifeld machen und wie. Also das Ganze lief erstmal so in Richtung von der Reportage ab, ja. Das ist natürlich jetzt die eine Seite, das ist relativ einfach noch, sag ich mal, man läuft rum und hält irgendwie ein Mikrofon in die Nase, das ist noch relativ lässig, aber dann gibt es natürlich hinterher noch einen Riesenschwanz von Arbeit und das bedeutet, man muss das Ganze ja erstmal da zusammensteigen, ja. Ja, also das dauert schon ziemlich lange, man muss halt immer erst das Überspielen, das dauert auch erstmal Ewigkeiten, da gibt es meistens auch irgendwie so unter uns, reden wir dann, ja, wenn wir es so machen oder so. Und ja, beim Schneiden ist es schon schwieriger als beim Drehen selber, wir werden uns auch irgendwie immer irgendwie überlegen, ja, nehmen wir das, nehmen wir das. Und ja, es dauert schon lange, also wir saßen jetzt zwei Tage dran, um diesen, ja, was ist los, und hat das da im Film zu schneiden. Und dieser was ist los, und hat das da im Film, den werden wir auch demnächst auf K4 dann sehen können, ja. Das ist also auf jeden Fall eine Sache, das soll also auch keine einmalige Geschichte bleiben, sondern da ist ja schon eine gewisse Kontinuität geplant, je nachdem, wie ihr da Zeit habt, wie ihr euch da engagieren wollt. Und ich habe gehört, ihr wollt auch einen, also jetzt nicht nur eine Reportage drehen, sondern da ist also auch ein Spielsinn regelrecht geplant, so ein kleiner, was habe ich, Krimi, so in der Richtung. Und Sie können das wahrscheinlich am, ich würde jetzt sagen, am besten beurteilen, aber mit beurteilen, wie stellen Sie sich denn an, gibt es hier die Themen, wie wird da mitgearbeitet? Naja, wir wissen, dass Jugendliche nicht nur Fernsehen gucken können, sondern auch Fernsehen machen können. Wir sind hier auf eine Gruppe gestoßen, die sehr motiviert ist, sehr fit ist und auch gute Ideen hat. Und das erste Projekt, was Sie angesprochen haben, war ein Pilotprojekt. Da wurde diese kurze Reportage, sieben Minuten, erstellt. In der Folge ist geplant, mit dieser Gruppe regelmäßig eine Sendung in K4 zu machen, die so eher in der Art von Magazinsendung, wie im Monitor ist. hat weniger für älteres Publikum, aber auch, aber hauptsächlich für Jugendliche. Hat das Heim, oder zumindest in dem Bereich des Senders. Ihr wollt eigentlich weiter machen. Das heißt, im Klartext, wann können wir denn, jetzt abgesehen von diesem Pilotprojekt, wann können wir denn mit eurem Film ungefähr rechnen? Da sind wir ja auch schon ganz gespannt drauf, weil wir machen es jetzt anderthalb Jahre, wir wollen natürlich auch mal sehen, was macht ihr da. Habt ihr da schon irgendeine zeitliche Vorgabe, wann das fertig sein kann? Also ich denke mal, dass es jetzt noch in diesem Monat wahrscheinlich fertig sein wird. Und ja, dann wird es abgesendet. Ja, dann wird es abgesendet. Also ihr könnt auf jeden Fall rechnen damit, dass wir dieses Jahr noch zwei Produktionen von euch sehen können. Ach ja, sogar ein bisschen mehr. Sogar noch ein bisschen mehr. Mehr als zwei Produktionen. Was habt ihr denn noch so vor? Ich habe jetzt gehört schon, es soll ein Magazin laufen. Habt ihr da schon irgendwelche Themen, die ihr angehen wollt konkret? Ja, also wir wollten halt eher sowas Lustiges machen zum Beispiel, Scherzanrufe, versteckte Kamera und auch irgendwie so zum Beispiel Personen der Woche oder sowas, Personen der Woche oder des Monats und auch mal irgendwie Veranstaltungstipps für Jugendliche. Sowas in der Art. Und dann habe ich noch gehört, oder auf dem Zettel habe ich gelesen, überhaupt nicht abgekupfert, weil es bei Kanal 4 abgeguckt hat, nichts mit RTL zu tun, hat jetzt Heimzuch den Superstar. Das heißt, ihr wollt also irgendwelche, sag ich mal, künstlerisch begabten Leute, ob die jetzt tanzen können, ob die singen können oder ob die gar nichts können wie Daniel Kübelberg, vor die Kamera ziehen und da auch mal so Specials drüber bringen. Wir sehen, es ist alles nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall, es geht voran. Es sind viele Ideen da, wir warten mal ab, was alles noch läuft in Zukunft. Wir dürfen gespannt sein, wahrscheinlich dürfen wir uns dann auch ein Stückchen weit bei euch was abgucken, an Spontanität. Ihr könnt euch vielleicht was bei uns abgucken, dass man einfach drauf losbabbelt, wenn die Kamera läuft. Okay, das war es dann erstmal für heute. Achso, und dann kann ich vielleicht noch sagen, dass wir unter k4-superstar-at-web.de kann man uns E-Mails schreiben, um sich zu bewerben. Alle Leute, die irgendwo was drauf haben, sind gefordert, die können das gerne zeigen, können das präsentieren und es geht über den, nicht über den ETH, aber es geht durchs Kabel. Stichwort Hattersheim sucht den Superstar. Wer sich beteiligen möchte oder Interesse hat, im Medienworkshop mitzuarbeiten, schickt einfach eine Postkarte an, das Stadtteilbüro Hattersheim. Stichwort Hattersheim sucht den Superstar. Pregelstraße 1A 65795 Hattersheim. Oder besucht im Internet die Seite k4-superstar-at-web.de Hi, hier ist Patrick vom Jugendvideoteam des K4 und wir stellen euch heute unseren ersten Beitrag vor. Was geht ab in Hattersheim? Wir würden uns über Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge freuen, aber besonders über neue Mithelfer oder Darsteller in unserem neuen Projekt, einem Kurzspielfilm. Ja, tschüss und viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir бывen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, die sollten sich vielleicht öfters mal irgendwie mit Sport oder so beschäftigen, weil das Gammeln, okay, ich meine, das finde ich nicht so gut. Ich glaube schon, dass die viel rumlungern. Ich glaube auch schon viel, dass die viel Computerspiele machen und vorm Fernseher hocken und zu wenig ins Schwimmbad gehen. Die gehen jetzt nur ins Schwimmbad, weil sie nichts anderes machen können und ja, weil 36 Grad ist. Ja, das machen wir eben auch oft, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Nein, das finde ich halt nicht so gut. Sie sollten sich schon beschäftigen oder wenigstens irgendwie einen Sport ausüben, der ihnen Spaß macht, natürlich, ist klar, damit sie halt nicht den ganzen Tag auf der Straße herumliegen. Also ich finde das nicht okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde noch mehr so Gelegenheiten machen für Ältere irgendwie, sich hier irgendwo zu treffen oder so. Nicht irgendwo. Sonst. Irgendwo auf der Straße rumgammeln, sondern irgendwie so einen Jugendtreff machen, weil der Jugendtreff, den finde ich irgendwie scheiße, der hier ist. Ja, vielleicht mal hier eine Disco hinbauen oder mal, was weiß ich, mehr Stadtfeste oder so, wo mal was los ist für die Jugend. Mehr Freizeitangebote machen, also mehr was man, wenn man nicht im Verein sein will, wenn man irgendwo anders was machen will. Also ich mir wünsche, dass die Förderung für Randsportarten wie hier Fahrradtrial mehr gefördert wird in Form von einem Gelände oder einem kleinen Platz, wo wir unser eigenes Gelände aufbauen können. Das wäre schon cool. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin, ich bin, was ich hätte, sei mir, schlafen oder. schlafen oder schlafen ich bin wasch echte hades heime